Ich war einfach ohne selbstbewusst und ich konnte nicht einfach alles ausreden, wie ich wollte. Und traurig und abhängig von allem. Ich habe mehrere Gespräche gehabt und danach war jeden Tag besser und besser. TAF ist eine Abkürzung und steht für Therapeutische Angebote für Flüchtlinge. Und letztlich ist das Ziel, dass wir die Versorgung von psychisch erkrankten Geflüchteten verbessern. Ein zentraler Aspekt ist die psychotherapeutische Versorgung von Geflüchteten im ländlichen Raum. Ländlicher Raum nicht nur, sondern auch kleinstädtische Strukturen zählen mit dazu, aber einfach Regionen mit einer schlechten strukturellen Ausstattung, was Psychotherapeuten, Kliniken usw. betrifft. Der Ausgangspunkt waren Studien, die gezeigt haben, dass sehr viele Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, bis zu einem Drittel, an psychischen Erkrankungen oder psychischer Symptomatik zeigen. Ich konnte nicht einkaufen alleine. Die Schlappen waren sehr schlechte Träume. Ja, das normale Leben war sehr, sehr schlecht. Also ich konnte nichts. Ich war so ganz runter Null. Mich freut es ganz persönlich, die Leute zu unterstützen, die solche Schwierigkeiten haben, hier in Deutschland anzukommen. Sie haben ihre Struktur verlassen, sie haben ihre Heimat verlassen. Hier ist alles fremd und wir geben ihnen ein bisschen die Unterstützung, hier anzukommen, hier anzudocken. Ich kenne Leute, die kommen jetzt schon fünf Jahre zu TAF und sind im Leben gewachsen, können jetzt weitere Schritte gehen und wir kennen uns. Und durch das, dass das ja hier alles so ländlich ist, bleibt es auch immer schön da und man trifft sich immer wieder und das macht es so schön. Ich mache jetzt als Hausmeister in Landrat, zum Beispiel, und ganz normale Arbeit mit der Ukraine, ich bin zuständig jetzt, also gerade, und zufrieden mit dem Leben und kann ich auch alles jetzt schaffen. I've known you guys for two years now, and looking back to how I am today, I can see that I have worked a lot on myself, and I feel good. Now, I'm able to stand on my feet, I'm able to go to school, and I'm able to do a lot of things, especially help my son. I'm able to be there for him. Also das Beratungsangebot, unserer Erfahrung nach, trifft tatsächlich einen nervdeckenden Bedarf, also wo vorher eigentlich nichts war, wo kein Angebot da war. Die Möglichkeit, darüber zu sprechen, wie es ihnen geht, bringt schon eine wahnsinnige Erleichterung. Und so dass unsere Rückmeldung tatsächlich ist, den Leuten geht es nachher deutlich besser und oder eben, sie werden dann weitervermittelt, was eben dann auch dazu beiträgt, wenn sie dann bei Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten unterkommen, was eben auch dazu beiträgt, dass es ihnen dann besser geht. bulkerator thang 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 Untertitelung des ZDF, 2020